Hallo und herzlich willkommen, liebe Abonnenten, ich bin's wieder, euer Robert, mit mir ist wieder Ronny, moin, moin, und wir müssen jetzt mit den Graubärten sprechen, Ronny, da gucken wir natürlich gleich mal, wir gehen mal raus und gucken mal, vielleicht können wir sogar mit der, äh, aber er heißt mal die Magie rein, mit der Schnellreise dahin, was ich aber nicht denke, weil die bestimmt noch nicht erkannt ist. Oder aufgedeckt ist, wie auch immer, was wirst du denn jetzt? Na gut, kannst du mitnehmen, die nehme ich auch mit, Gleiterin. Das ist eine Ehre, ein Geschenk in Anerkennung eurer Dienste. Wachen werden bei euch ein Auge zudrücken, wenn ihr ihnen sagt, wer ihr seid. Folt mich, bochen wir, du. Geht voran. Ja, oh, mach ich. So, dann nehmen wir die Mütchen, Lydia. Die werde größt wahrscheinlich heiraten, nee, Spaß, kann man ja hier auch, ne? Mhm. Lol. Ich glaube, ich glaube. Take me, take me, take me, happen if on the mic, the man if on the, ne, sorry, ich weiß nicht, woher geht's. Diese Ohr, Wurm, Harbe, Alberich ist hier auch egal. So ist Lydia hinter mir. Yo, wir gucken mal auf die Karte. Vielleicht können wir da sogar schnell hinreisen. Wo müssen wir denn überhaupt hin? Da oben, oder? Was hier? Hart. Graubäde. Wo ist denn da hier? Mal gucken. Alter, wenn da so ein harter weiter Weg jetzt ist. Das ist dein Ziel. Das ist dein Ziel. Hart. Dann, äh. Am besten, dass du spawnst dich hier vorne hin. Wo, hier? Nee, da unten. Hier? Hier bei der Hütte hier unten. Hier. Ja, und dann gehst du von draußen. Aber ich kann mich auch da hinreiten lassen, oder nicht? Mit der Kutsche. Oder? Ich glaube, das geht, ne? Wir gehen mal, testen das einfach mal aus. Ich weiß, gar nicht mehr. Aber dann müsste man erst mal wissen, wo die Kutsche ist. Eigentlich vorm Tor, ne? Aber wir gucken einfach mal, Freunde, ob wir da nicht irgendwie anders hinkommen und wenn, dann halt nicht mehr so hart hinlaufen. Das ist ein bisschen Zeitenspruch. Ja, das ist halt so, ne? Ah, meint. Das ist halt so, Liga. Entschuldigung. Was ist denn jetzt los? Hier sucht ihr. Bla, bla. Fremdzeit. Hau rein. Kenne ich nicht. Nee, ich nicht. Brauche ich nicht, ne? Nee, Spaß. Keine Ahnung. Sollen sie doch selber suchen, ne? Oder? Keine Zeit für so heute jetzt. Ja, ich meine, wenn sie sich irgendjemand suchen, dann können sie den alleine suchen, ne? Ich meine, nee, Spaß. Aber wenn die den suchen, dann finden die den doch irgendwann. Von daher... Da müssen sie einfach mal ein bisschen gucken, ne? Ja. Ja. Na, jetzt müssen wir natürlich... Hier rechts müssen irgendwo die Stelle sein. Warte mal. Warte mal. Eigentlich. Also wenn du jetzt hier runterläufst. Da muss irgendwo so ein Kotscher stehen. Aber ich glaube, der kann mich auch nur zu den Gebieten bringen, wo ich schon mal war, glaube ich. Da steht er doch. Aber wir gucken einfach mal. Stelle vom Weißlauf. Weißlauf, ja. Kutscher. Soll ich euch mitnehmen? Na, na. Wohin soll es gehen? Geh mal runter runter. Weiter, weiter, weiter. Warte mal. Windhelm. Wie heißt es denn da doof da unten? Wo ist es denn da unten wieder? Na, hier rechts in der Birch. Iwa-Stadt. Haben die Hader das da? Iwa-Stadt ist nicht am Start. Also gut. Dann müssen wir laufen. Das wird aber ein weiter Weg, du. Standort. Zielort festlegen. Zack. Können wir doch auch nicht mit der Markierung vielleicht irgendwie hin? Meine Kutsche ist... Wohin soll es gehen? Wir gucken noch einmal nach und dann... Ja, dann haben wir ein Problem. Können wir uns ein Pferd kaufen? War das hier drin? Nö. Nö. Der steht doch da. Gucken wir mal, ob wir uns ein Pferd kaufen können. Ein Kerl wie ihr braucht bestimmt ein Schlachtrotten. Der hätte laufen. Ihr könnt eins haben, das bereits gesattelt ist, wenn ihr das nötige Kleingeld habt. Dann kommt wieder, wenn ihr die nötige Summe habt. Na gut, dann müssen wir halt laufen, ich meine. Ja, dann kannst du ja nach unten da reisen. Wo hirn du wieder hin? In der Schnellreise. Hier unten. Hier. Ja, nach Helden und dann reinst du da durch. Verstehe gerade auch nicht, aber okay. Was ist denn da jetzt bitte los? Wie komme ich denn... Gut, dann machen wir es so. Wenn es so nicht geht, machen wir es so. Das Laufen ist immer ein bisschen behindert. Das ist die Goblin-Rüstung, glaube ich. Da tragen die ja unten auch alle in dem komischen Goblin-Käfig. Und du? Da haben wir. Da ist ein Häschen. Kanickel gebraten. Nimm mir natürlich mit, ne? Rohe Kaninchen-Kohle. Take me, take me, take me, take me. Ich glaube, die kannst du aber nicht so essen. Ne, die musst du ja erst grillen. Hier ist irgendwie eine Höhle oder so. Und Bärenplatz. Und ich dachte mir, scheiß Mist, wie hier zum Arsch beißt ihr. Mach mal noch eine Karte an. Ich glaube, du musst hier sowieso links durch irgendwo. Ne, gehst du richtig. Ich dachte mir hier so ein BMA-Speiser, ja, kein Bock drauf, aber sie ist ja am Start, ne? Ja. Die macht das schon. Sie macht sich schon aufmerksam, wenn irgendwas... Das ist hier ganz oben, ne? Ne, das ist hinten rum. Ah. Ja, du rennst da jetzt durch. Zwischen mit B. Take me, take me, take me, take me. Am Handy, ich war ja weg. Weißt du, woher ich den scheiß Ohrwurm hab vorne? Das kann ich dir auch wohl nicht sagen. Weiß nur, dass das Katy Perry ist, das weiß ich. Katy Paris? E.T. oder wie das Lied heißt hier. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Das ist aber sehr sehr dörd. Kann ich nicht hier irgendwie runtergehen? Oh, was darf ich denn? Killen und Pferd klauen. Ich quatsche immer an. Passt mit dem Feuer auf. Brennt jetzt nichts ab. Ach, scheiß drauf. Na, jetzt bist du ja eh schon fast da. Na, man, ich wohne nicht weg. Na, man, ich wohne nicht weg. Er brennt jetzt nichts ab, weißt du, wie es... Das schneit hier, was? ...alles vereist und so, aber er brennt jetzt nichts ab. Du bist mir ein Kunde, Digga. Man hätte den noch töten können. Was kann ich das? Der hat in Physikerlinie auch gepasst, würde ich sagen. Na, Freunde, ich weiß eigentlich... Oha. Das für welche? Ihr mischt euch in offizielle Angelegenheiten der Talmor ein. Oh, ich mischt mich nicht irgendwo ein, Digga. Ich möchte hier nur durch. Mehr will ich gar nicht, Digga. Damit die immer alle gleich denken, man will was von denen. Mhm. Schlimm, schlimm. Ist das... ...und normal. Ich möchte einfach nur zu den Graubäden... ...und sonst gar nichts. Und den grauen Bad wechseln lassen. Oh, lass mich liegen. Brauchen wir nicht. Wo bist du denn jetzt? Fast rum. Da hoch oder was? Oh, jetzt ist der Controller noch leer, die wir wollen, ne? Oh, oh. Können wir hier rüber gehen? Nee, musst du ja nicht. Die sind ja hier unten. Hier rum, also noch weiter. Oh. Die Hütte. Die Hütte. Können wir wohl noch in den, ne? Oh, hier ist eine Hütte. Oh, hier ist wieder übelst Action. Hier gibt übelst was zu sammeln. Hallschale. Kannst du alles mitnehmen? Knoblauzapfe. Äpfel. Rote. Gut. Und Drachenbaum viermal. Band 1, nehmen wir alles mit. Zaubertank des Ridders. Alles gemacht, ne? Kann sein. Ja, musst du ja nicht mal. So. Weißkappen. Ach, sag mal. So, dann gehen wir hier wieder zurück. Und dann hier irgendwie bei der. Dann muss ich den Weg weiterführen. Und dann hoffen wir mal, dass die Graubäde gute Laune haben. Sonst wird's grau für uns. Dann hoffen wir nicht mal. Du lacht. Wie soll ich da hin? Du lacht, du lacht. Du lacht. Du lacht, du lacht. Du lacht. Ich lacht. Ich lach. Du lacht. Ich lacht. Da waren sie zwei. Drei, vier, fünf alle. Da waren Glühwöhmchen, hast du gesehen? Die hätten mich jetzt gekillt eiskalt. Ja, die waren böse, die Dinger, ne? Muss ich die Wache ansprechen? Ich war stark, ne, ne. Ich dachte, ich muss die Wache anquatschen hier. Die Graubeerde. Wo muss ich denn hin? Muss ich noch weiter. Hier wird eine Brücke rüber. Und dann nach hoch. Oha, Mensch. Seid ihr wieder auf dem Weg die 7000 Stufen hinauf, Klimek? Ach, die 7000 Stufen hinauf müssen wir. Dann zählt man mit. Ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, ne, reicht wieder. Hier die Dinger sind auch ein Quatsch, ne? Glaub ich. Wisst ihr? Emblem 1. Okay. Irgendwas gibt er noch zum Schluss, glaube ich. Was ist das denn hier schon wieder? Ein Ziegenbock. Mach mir keine Angst. Es ist schon wieder so dunkel hier, ne? Ja, ja, irgendwie. Echt abteilen. Habt ihr noch gesehen? Ich hab auch nicht, ja. Hä? Hä? Geh einfach weiter hier. Der Kapsi hebt teilweise hier an der Stelle. Hier sieht man teilweise nicht durch. Da ist auch noch ein Ziegenbock. Da ist ja selbe. Hau mal ab hier. Komm, keine Zeit. Hä? Hart. Da ist der zweite. Talisman. Seid auf der Hut vor Wölfen, wenn ihr den Pfad nach Hochrotka emporsteigt. Emblem 2. Musst mir mal sagen, wenn du hier so eine Dinger siehst, oder so. Mhm. Schiebt mich hier irgendwas? Kommt mir gerade so komisch vor, Alter. Wenn ihr mich hier irgendwas schieben würdet, oder so. Wieder nicht gesehen, dass die... Ja. Machen die denn auch hier oben? Ganz ehrlich, gell? So, jetzt wird's ein bisschen heller hier. Was? Den Schnee. Ja. Was hier noch, Mann? Und sonst auch noch irgendwie, Mann? Critical Hits. Hier oder so? Hm, ich seh nix. So, noch einen Stein oder so, Mann? Ich geh hier lieber mal nochmal hoch. Musst ja hier sowieso lang. Echt? Hm. Da war doch noch ein anderer Weg. Da ist der nächste Stein. Sind wir ja sogar richtig erlauben, ne? Ja, jetzt schon einer gespendet wird. Ja, oder liegt Geld unter. Ich bin dran, ja. Wer die volle Victim, wer die volle Victim. Da ist der Trickett. Echt weg. Der Du飾uster, wird er linke hoch. Over. Das passt aber auch mit den 7000 Stufen hier. Und jetzt ist es vorbei. Jetzt geht's wieder runter, Na nochmal. An dem Wald doch eben schon mal Höhe, oder nicht? Jetzt geht das hier wieder runter? Da ist der nächste Schrein. Da sitzt einer, ne? Vorsichtig mit dem Feuer. Da geht's hoch. Das sind aber echt harte 7000 Stufen hier. Mein lieber Scholli, du. Hier kommt doch auch ein Drache nachher, ne? Irgendwie ist es mir so. Aber ich glaube, der will nicht von dir, ne? Keine Ahnung. Da kommt ein Yeti. Da oben steht er. Ich kriege den denn gekillt? Ja, was mach ich denn jetzt? Weglaufen. Gegen ihn hast du noch keine Chance. Hart. Ist die gerade weggepackt, oder? Und war das hiermit? Mitnehmen. So, Patrick, ich glaube, ob wir es sogar gibt, hier beide. Hier? Ja, hinter mir. Ist der noch hinter mir? Der sehe ich mich. Ja, oben. Hast du ihn gesehen? Nein, nein. Das ist der nächste Schriftzeichen. Den kriegt mich gekillt. Den Eistroll, der ist ein bisschen zu eisig. Da ist noch eine. Und das ist, glaube ich, der letzte. Und was passiert denn? Da kommt der Eistroll um die Ekleben. Ich glaube, das ist auch eine Geschichte über Drachen. Die da drin steht. Da ist doch auch noch eine. Stimmt. Stimmt. Ach. Die ziehen wir es gut an. Was ist denn das noch, ja? Das ist ein Weg hier, du. Ja, das geht ganz gut, ne? Ah, jetzt bist du gleich da. Eine komplette Folie hier, nur um die Schriftzeichen. Um den Berg zu erklimmen, fast. Aber so ist das, Freunde, ne? Das ist auch noch so'n Ding. So ist der, ne? Jetzt geht's rein. Die Graubäde, da ist auch noch so'n Ding. Ja. Sprich nur einfach... Stimme des Himmels. Ist ja dafür, war das nämlich. Was kann man damit machen? Ist ja natürlich irgendwie so... Schreie ist halt damit. Nee. Kräfte. Nee, das ist doch nicht. Aktive Effekte. Da hast du. Tiere greifen dich weder an, noch fliehen sie vor dir. Was stand da eben? 23 Stunden? Wie der Magierstein. Wann mag ich den nicht rein? Ist doch, sowieso. Achso, äh, gut. Das sammle ich mir jetzt nicht alles auf. Hier, den Trank kannst du aber noch mitnehmen, der da umsteht. Ich hab' nichts gesehen jetzt eben. Das war mal dunkel, wa? Da haben wir nichts gesehen eben. Der Magierstein. Gucken, was die Graubürde jetzt verlangen von mir. Das Schreitraining kommt doch jetzt. Wahrscheinlich erstmal ein bisschen blohen, wa? Da ist dein Freund und Helfer. Sieh an. Ein Drachenblut erscheint. Gerade jetzt, am Wendepunkt des Zeitalters. Ich folgte eurem Ruf. Wir werden sehen, ob ihr wirklich über die Gabe verfügt. Zeigt es uns, Drachenblut. Das muss ein Drachen schreit machen, hier. Ich bin Meister Arngeier. Sagt mir also, Drachenblut, was führt euch hierher? Wir sind hier, um euch bei diesem Anliegen zu bilden. Sagt uns auch noch einen kleinen Löw. Wenn die Graubürde jedem Drachenblut geholfen haben, das vor euch kam. Ihr seid nicht das Erste. Es hat viele gegeben, seit Akatosh die Gabe zum ersten Mal den Sterblichen verliehen. Ob ihr das einzige Drachenblut dieses Zeitalters seid? Das entzieht sich unserem Wissen. Ihr seid das Einzige, das sich bisher zu erkennen gegeben hat. Mehr gehört zu haben. Ich bin bereits von ihr. Ihr habt bereits bewiesen, dass ihr ein Drachenblut seid. Ihr verfügt über die angeborene Gabe. Aber habt ihr auch die Disziplin und das Temperament, eurem Weg zu folgen? Das wird sich erst noch herausstellen. Ihr habt ohne Ausbildung bereits die ersten Schritte hin zum Bündeln eurer Stimme als Tuom, als Schrei unternommen. Jetzt werden wir Seelore bereit und fähig seid, diese Lernen. So ein Punkt. Wenn ihr einen Schrei nutzt, sprecht ihr in der Sprache der Drachen. Daher gibt euch euer Drachenblut einen angeborenen Vorteil beim Lernen der Worte der Macht. Alle Schreie bestehen aus drei Wörtern der Macht. Wer wäre denn der Macht? In dem Wort, das ihr meistert, wird der Schrei stärker. Meister Einhard wird euch nun Roh lehren. Das zweite Wort von unerbittlicher Macht. Roh bedeutet in der Drachensprache Gleichgewicht. Kombiniert es mit Wut und Kraft, um euren Tuom stärker zu bündeln. Und jetzt? Ich muss die Ohren anschweinen. Hä? Wie geht es mit Fuß? Kraft um euren Tuom stärker zu bündeln? Keine Ahnung. Meister Einhard wartet. Der Himmel über euch, die Stimme über euch. Oh. Ja, jetzt musst du da Zeichen suchen, ne? Und du? Ja, du musst das jetzt aufnehmen. Wie denn? Was? Wir, meine neue Warte, wir haben die Stimme. Wir sind ein paar Jahre in der Geschichte. Aber das Lernen eines Wortes stimmt. Das ist nur der erste Schritt. Frei, entscheiden, nutzen. Puh. Nun, so lernt der Rest von unseren Schmuckressen aus. Wir sollten den Blut könnt ihr wieder so ein bisschen einstütteln, den Darmanscheck aufnehmen. Als Teil eurer Einführung wird Meister Einhard euch an seinem Verständnis von Roh. um das ist los aufladen es machen Geht nicht, der... Zwei. Je länger du die Taste gedrückt hättest, desto mehr wurde. Steht gerade irgendwie nicht. Geht nicht, der hier ist eine Art von Schleck-Palle. Aber geht nicht, der es leidig ist, oder? So war schon erschienen, erscheinen. Jetzt macht da einer von den Muttiere, glaub ich. Ach so, hab ich so dreimal gemacht. Er holt die Ziele und dann weggefegt. Ihr lernt schnell wie gewohnt. Du lehnt schnell wie gewohnt, sagt er. Jetzt kriegst du, glaub ich, noch einmal, ne? Zeigt großes Potenzial, ja. Grut ist er. Finde im Hofstadt, Volkmeister Buri. Meister Buri. Wer ist der Meister Buri hier? Der. Ja, Freunde, das machen wir jetzt noch fertig. Da wird die Folge wieder ein bisschen länger gehen. Aber es wäre jetzt scheiße, wenn ich mittendrin aufhöre gleich. Dann machen wir es einfach zu Ende und dann passt das. Ne? 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 Oder was sagst du? Ne? 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 Damit menstruieren wir an den Dornen. Wo ist er denn nun? Komm grad jetzt raus erst. Ach da! Lydia bleib stehen. Sonst wärst du angepustet hier. Jetzt musst du doch glaub ich da Tur evolchreiten, ne? Ja, glaub ich auch, ja. Wullt beibringen, das bedeutet Hörbilden. Hörbilden. Wullt. Hinter dir ist er, glaube ich. Achso, mit dem Sprint musst du da jetzt durch die Tür, oder? Mit dem Sprint? Ja, du kannst ja jetzt so Luft-Sprinte machen. Bestimmt, ja. Mit dem Sprint, siehst du, den musst du jetzt, glaube ich, erst aktivieren, also reinnehmen, und dann musst du durch das Tor durchjumpen. Mit dem Wirbelwinsprint. Anschließend seid ihr dran. Zeig dir den Weg. Einfach halten, denn... Tori wird das Tor. Durchquert es mit eurem Wirbelwinsprint, bevor es sich wieder schließt. Mach auf, der Tag. Muss ich neben ihm steigen. Bex, hol! Mann, geh mir leider weiter raus, bitte. Es ist erstaunlich, wie schnell ihr einen neuen Tun erlernt habt. Aus Geschichten. Aus Geschichten, na. Ah, Geschichten. Nur aus Geschichten. Ich dachte, es wäre für jeden so einfach gewesen. Die Götter haben euch diese Gabe nicht grundlos verliehen. Es liegt an euch, herauszufinden, wie ihr sie am besten nutzt. Ihr seid jetzt bereit für eure letzte Prüfung. Noch eine? Das Horn von Jürgen Windhofer, unserem Gründer, aus einem Grab im uralten Gotteshaus von Ustengraf. Ja, dann ist die... Bleibt dem Weg der Stimme treu, und dann werdet ihr wieder. Dann ist die Höhle, die du machen musst. Die was? Das ist so eine Höhle, die du machen musst. Aber... Ich denke mal... So, machen wir das noch. Das Erscheinen eines Drachenblutes zu diesem Zeitpunkt ist kein Zufall. So, gucken wir noch mal, wo wir da hin müssen. Kann ich da hinreisen? Nee, ne? Das ist noch verdeckte Ding. Aber dann reisen wir hier hin. Immer den falschen Knopf. Drachenfeste. Standard. Viereck. Viereck. Wo ist denn Drachenfeste her? So, und dann speichern wir, legen wir uns da irgendwo ein Pen an der Latte, ne? Würde ich sagen, ne? Und dann hören wir uns dann einfach in der nächsten Folge wieder, aber das machen wir gleich. Eine Minute länger ist nun auch scheißegal, würde ich sagen, oder? Jo. 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 Wie gesagt, Freunde, schreibt da nochmal in die Kommentare, was ihr sehen wollt, ob wir denn später lieber Vampir oder Werwolf machen sollen, oder erstmal Vampir später denn Werwolf. Weil wenn wir Werwolf gemacht haben, kommen wir nicht mehr zurück. Aber, das ist, wie gesagt, automatisches Speichern, er speichert schon. Jo. Dann hat sich die Folge hier auch erledigt, liebe Freunde. Jo. Jo. Würde ganz einfach sagen, haut rein und ja, bis zum nächsten Mal, Freunde. Tschüss. Tschüss. Tschüss.